Das ist Wittichenau. Eine Kleinstadt im Herzen der Lausitz. Und das bin ich, Josefine Metersch. Ende August werde ich nach Lettland in die Stadt Riga gehen, zu den Dominikanerinnen von Bethanien. Ich habe schon gehört, dass Riga eine große Chorkultur hat. Das verbindet nicht mit Riga. Durch meine musikalische Ausbildung in den letzten Jahren habe ich viel mit Chören und dem Singen zu tun. Ich freue mich auf die Zeit. Hallo ich bin Greta und komme aus Paderborn. Ab August werde ich für acht Monate in Riga bei den Dominikanerinnen sein. Wenn ich an die bevorstehende Zeit denke, stelle ich mir viele neue Abenteuer vor und vor allem ganz viel Spaß. Mit Lettland verbinde ich lange Winter und hoffentlich jede Menge Schnee, denn jeder der mich kennt weiß, dass ich ein Winterkind bin und leuchtende Augen schon bei den ersten Schneeflocken bekomme. Ich bin bereit.